Was geht? Hier ist der Act-on-Jugend-Podcast, produziert von mehreren PodcasterInnen. Und wir reden nicht nur über die Online-Medien von 10- bis 14-Jährigen, sondern auch mit Ihnen. Ja, aber worum geht's denn eigentlich? Instagram ist immer angesagter. Du willst mehr über deinen Lieblingsstar herausfinden? Was ist TikTok überhaupt? Wie nutzen Sie Medien? Was fasziniert Sie daran? Jetzt geht's los! Wirre Mythen und Geschichten werden vor allem auf dem Messenger-Telegramm verbreitet. Da heißt es dann, Corona wurde vor den Illuminaten und Kommunisten erfunden, die hier im Weltkrieg um die alleinige Macht bangen. Ja, das ist eben auch eine der Schattenseiten der sozialen Netzwerke. Wir haben ja in den bereits vorherigen Podcasts, haben wir euch die verschiedenen sozialen Netzwerke vorgestellt. TikTok zum Beispiel, Instagram, Snapchat haben auch die junge Zielgruppe befragt. Allerdings haben wir einen Aspekt ausgelassen, nämlich die negative Seite, Verschwörungsmythen und Geschichten, die dort verbreitet werden. Vor allem jetzt in der Pandemie sind da solche sozialen Medien zum Verbreiten auf dem Vormarsch. Besonders ein soziales Medium sticht dabei hervor. Telegram. Ein Messenger-Dienst, von dem ja in den letzten Wochen immer wieder in den Medien die Rede war. Davor wenig bekannt, jetzt dafür umso mehr Popularität errungen. Und ja, Prominente wie Attila Hillmann, der mittlerweile zu einem Symbolbild der Anti-Corona-Leugner quasi geworden ist. Und neuerdings auch der Wendler betreiben dort sogenannte Telegram-Kanäle, in denen bis zu 200.000 Mitglieder eben die Beiträge einer einzigen Person privat anschauen kann. Was macht dieses soziale Medium so gefährlich? Und was unterscheidet es von anderen? Wir haben uns das soziale Medium Telegram einmal angeschaut und uns mit diesen Geschichten und Mythen auseinandergesetzt. Wir sind Simon und Timo im Was geht? der Act on Jugend Podcast. Eben durch den digitalen Weg wird das Ganze sehr schnell verbreitet. Und so kommt es dazu, und das kennt ihr bestimmt auch, dass ihr in eurem Freundeskreis oder auch Verwandtenkreis jemanden habt, der euch da bestimmt schon mal oder auch regelmäßig solche Mythen und Geschichten weiterleitet. Das ist natürlich immer nicht ganz einfach, wie man damit umgehen soll und kann einem schon schwerfallen. Da stellt man sich die Fragen, soll ich darauf antworten, soll ich das Ganze ignorieren oder soll ich mit ihm eine Diskussion anfangen oder vielleicht sogar diese Mythen weiterleiten. Deshalb habe ich mich an einem renommierten Gymnasium in Bayern mit pädagogischen Fachkräften unterhalten und sie gefragt, wie man in solchen Situationen umgehen sollte. Ja, also ich bin Andrea Hecking, Lehrerin am Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim und durfte im letzten Jahr über Verschwörungstheorien eben ein wissenschaftliches Seminar gestalten, zusammen mit Schülern und mit der Uni in Bamberg. Insofern ein spannendes Thema. Ja, mein Name ist Konstanze Lörner. Ich unterrichte auch am Ehrenbürg-Gymnasium und zwar die Fächer Deutsch und Religion. Ich beschäftige mich gerade mit meiner 11. Klasse in Religion mit der Frage, was ist Wahrheit und da stoßen wir natürlich auch auf Verschwörungstheorien. Zunächst erstmal ganz allgemein, was ist denn nun von solchen Verschwörungsmythen und Geschichten zu halten? Also ganz generell ist es so, dass in Zeiten von großer Unsicherheit Verschwörungstheorien immer auf dem Vormarsch sind, weil sie einfach ein Vakuum von der Unwissenheit füllen. Und das ist etwas ganz Menschliches, dass wir versuchen, das zu machen. Ja, man kann halt höchstens versuchen, erstmal zu identifizieren, ob es sich überhaupt um eine Verschwörungstheorie handelt oder nur um ein kritisches Nachfragen. Und das muss man eben machen, indem man verlässliche Quellen vergleicht. So Frau Lörner, Sie sind ja eine Religionslehrkraft und in der Religion spielt auch die Ethik eine große Rolle. Ist es nun ethisch vertretbar und ethisch korrekt, wenn man solche Mythen und Thesen verbreitet? Also ich glaube, wirklich problematisch wird es, wenn es eben einerseits in die Richtung üble Nachrede geht. Also wenn ich über jemanden, über eine Person wirklich falsche Gerüchte verbreite, was weiß ich jetzt, über irgendwelche Gerüchte über Angela Merkel, die dann die Leute glauben und die dann auch, ja, die jetzt das Ansehen dieser Person beschädigen. Also ich glaube, das ist ein großes Problem. Und jetzt, was ihr ja schon angesprochen habt bei den Masken, dass es eben ja auch anderen schaden kann. Also wenn ich jetzt, wenn das sich durchsetzen würde und wir würden alle aufhören, Masken zu tragen und es dann die Gesundheit vieler Menschen gefährdet, dann ist, glaube ich, ein ethisch-kritischer Punkt. Sonst sind Verschwörungstheorien ja was Normales, was wir wahrscheinlich auch nicht, ja, nicht loswerden werden. Aber ich glaube, wenn es wirklich andere schädigt, in welcher Form auch immer, dann wird es problematisch und dann ist es nicht mehr ethisch korrekt. Ja, der Schaden, den Sie eben weiterhin verursachen, ist letztlich auch ein Misstrauen in die Wissenschaft herzustellen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das Grundproblem dabei ist eben, dass die Wissenschaft ja nicht für sich beansprucht, die Wahrheit herauszufinden, sondern sie versucht halt nur zu erkennen, was Stand unseres Wissens heute ist. Und das ist eben in ständiger Veränderung. Und da glauben halt die Verschwörungstheoretiker, dass sie besser sind als die Wissenschaftler, weil sie haben ja die Wahrheit. Und das muss man eben verstehen, dass das ein Trugschluss ist, dass das allein schon an sich eine falsche Aussage ist. Wir sind ja hier bei Was geht, der Act on Jugend Podcast. Das Thema des Podcasts sind ja auch soziale Medien. Deshalb nun nochmal die Frage an Sie. Wie sollte man denn reagieren, wenn einem über soziale Medien, vor allem Telegram oder WhatsApp, solche Verschwörungsmythen geschickt werden? Ja, also ich denke, man kann sich da schon positionieren. Und es macht wahrscheinlich wenig Sinn, wenn jemand wirklich ein heißer Verfechter von solchen Theorien ist, dann wird man den nicht überzeugen können. Aber man muss eben Widerstand leisten und muss sagen, das kann ich so nicht mittragen. Und ich habe da definitiv eine andere Position. Und das ist schon wichtig, dass sie eben merken, dass sie letztlich sich isolieren mit ihrer Meinung. So Timo, dann übergebe ich dir jetzt das Mikrofon. Du warst ja an der Uni Bamberg und hast ja dort auch mal dich ein bisschen umgehört, was dort so gesagt wurde und was die dort so von diesen wirren Thesen halten. Wie Frau Hecking gerade schon kurz angekündigt hat, ja, hat sie auch mit der Universität in Bamberg zusammengearbeitet, genauer gesagt mit dem Herrn Dr. Marius Raab, ein Forscher, der sich mit Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien sehr intensiv beschäftigt hat und dazu auch zahlreiche Forschungsergebnisse publiziert hat. Und deshalb ist er eigentlich der perfekte Partner für unseren Podcast zu Telegram-Kanälen, zu Verschwörungsmythen und glücklicherweise hat er sich auch breit erklärt. Ja, Herr Dr. Marius Raab, jetzt übergebe ich Ihnen das Wort. Wer sind Sie, was haben Sie gemacht und durch was zeichnet sich Ihre Arbeit aus? Also ich bin Marius Raab, ich arbeite am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Uni Bamberg und habe in Bamberg auch Psychologie studiert und auch Informatik und habe dann vor, nach 2016 war das, also schon jetzt vor über vier Jahren, promoviert in Psychologie zum Thema Verschwörungstheorien. Und seitdem bin ich als Postdoc am Lehrstuhl und forsche dort über Verschwörungstheorien, aber jetzt auch über Gamification und Ästhetik sind so, ja, weitere Schwerpunkte, die mich sehr interessieren. Was genau versteht man nun unter Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheorien? Das ist, also da fangen die Probleme eigentlich schon an, weil, also mein, ich fange mal so an. Meine Meinung dazu ist, dass Verschwörungstheorie eigentlich erstmal nur ein Erklärungsversuch ist für irgendein aktuelles Ereignis oder Geschehen, bei dem die geheime Verabredung von anderen Menschen als wichtige Ursache angenommen wird. Also ein Erklärungsansatz, mit dem man dann auch vielleicht Vorhersagen für die Zukunft treffen kann, daher der Begriff Theorie, wo es eben irgendwie um eine Verschwörung geht. Und das Problem, das viele Wissenschaftler mit diesem Begriff dann aber haben, ist, dass er dann so allgemein ist, dass halt sehr viel drunter fällt. Also es gibt auch wirklich Philosophen, die dann überlegen, ist so eine Überraschungsgeburtstagsparty zum Beispiel schon eine Verschwörung? Und wenn jetzt jemand den Verdacht hat, dass seine Freunde eine Überraschungsparty für ihn veranstalten könnten, macht ihn das dann schon zum Verschwörungstheoretiker. Also dieser Begriff ist eigentlich sehr unscharf erstmal. Im Fernsehen, im Radio, überall hört man immer von diesen ominösen Telegram-Kanälen, die wohl die Verbreitung solcher Theorien, Mythen, Ideologien begünstigen. Warum werden jetzt gerade soziale Medien so häufig von Leuten wie Attila Hildemann benutzt? Also Social-Media-Kanäle haben halt viele Vorteile. Es geht halt alles sehr schnell. Und was psychologisch dabei sehr wichtig ist, ich kriege eine unmittelbare Rückmeldung über die Likes oder über die Retweets oder je nach einem Medium eben, sehe ich ja dann, ob andere Leute mit dem, was ich so schreibe, interagieren. Ob das geteilt wird, ob das gemocht wird. Und dadurch kriege ich dann auch ein Feedback und eine Verstärkung und sage, oh ja, super, die Leute interessieren sich für das, was ich schreibe. Und dann schreibt man halt noch mehr. Und das macht eben in Social Media so eine Dynamik aus Verstärkung und aus sich darüber freuen, dass es gelesen wird. Und dadurch können sich halt auch Verschwörungstheorien sehr schnell verbreiten, weil die Leute sehr viele Anreize haben, da möglichst viel und möglichst schnell auch zu posten. Wie geht man Ihrer Meinung nach nun mit solchen Mythen, Ideologien um? Wie verhält man sich am besten gegenüber Personen, die so etwas verbreiten? Also dadurch, dass dieser Verschwörungstheoriebegriff erst mal ein sehr weit gefasster ist, ist es immer sehr wichtig, jetzt also einfach mal vielleicht Verschwörungstheorie dann kurz zu vergessen und einfach zu schauen, was ist denn der Inhalt, um den es zum Beispiel meinem Bekannten da geht. Ist es jemand, der sich zum Beispiel darum sorgt, dass wir von Geheimdiensten überwacht werden, dass vertrauliche Dinge nicht mehr vertraulich bleiben, dass unsere Daten verkauft werden, dann geht das ja auch schon in Richtung Verschwörungstheorie. Das heißt, das sind irgendwo Leute, die mit meinen Daten irgendwas machen, was sie nicht sollten. Und das ist jetzt sicher nichts, was irgendwie problematisch ist oder gar krankheitswert hat. Wenn jetzt natürlich jemand auf der anderen Seite Verschwörungstheorien glaubt, in denen antisemitische Äußerungen eine wichtige Rolle spielen, in denen andere Ethnien oder Volksgruppen oder Minderheiten zu Sündenböcken gemacht werden, dann ist es ein großes Problem, egal ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder nicht. Das heißt, ich müsste eigentlich auf den Inhalt reagieren und nicht unbedingt auf die Erzählform Verschwörungstheorie. Wie sollte man sich nun verhalten, wenn der beste Freund, Verwandtschaft oder ETC nun einen mit solchen Verschwörungsmythen konfrontiert? Da hat man ja doch einen persönlichen Bezug zu den Personen. Heißt das, man muss sich nun anders verhalten und anders handeln? Also der wichtigste Ratschlag, wenn man zu den Leuten irgendwie einen persönlichen Kontakt hat, ist eigentlich mal zu überlegen oder auch nachzufragen, was denn die Motivation der Leute ist. Also jemand, der jetzt eine Maske verweigert, ist ja in den meisten Fällen jetzt kein Verrückter oder kein Spinner, sondern hat seine Gründe. Das sind vielleicht Gründe, die ich nicht teile oder eine Motivation, die sich mir erstmal nicht erschließt. Aber mein Gegenüber tut es ja aus irgendwelchen Gründen. Und diese Gründe müsste ich eben erstmal verstehen oder mir anschauen, um dann mit diesen Gründen umzugehen. Also wenn jetzt jemand keine Maske anzieht, weil er oder sie das Gefühl hat, dass der Staat ihm überall reinreden würde und dass er keine Freiheit mehr genießt und so weiter, dann brauche ich jetzt nicht mit Strafen oder Drohungen kommen, weil das wird dieses Gefühl des Ausgeliefertseins ja noch verstärken, sondern ich müsste eher schauen, was kann ich vielleicht tun, damit dieser Mensch wieder Vertrauen in diese Hygienemaßnahmen fasst. Also mich auf eine differenziertere Diskussion einlassen. Und oft wird es auch nicht klappen und mein Gegenüber wird bei dieser Position bleiben. Aber wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich eben schauen, was motiviert mein Gegenüber und wie kann ich an diese Motivation anknüpfen und über diese Motivation diskutieren. Woran könnte es nun liegen, dass gerade in solchen Krisensituationen wie der Covid-19-Pandemie, dass da die Leute auf einmal anfangen, solche Verschwörungsmythen wahrzunehmen und vor allem auch anfangen, daran zu glauben? Also da kommen jetzt natürlich mehrere Sachen zusammen. Eine, also vielleicht mal die offensichtlicheren Sachen, Leute haben halt jetzt auch viel Zeit. Also wenn ich jetzt durch Lockdown oder ähnliche Maßnahmen nur noch zu Hause festhänge, weil ich nicht mehr auf Arbeit kann oder darf, weil zum Beispiel vielleicht auch meine Vereinsaktivitäten ruhen, dann habe ich halt auch viel Zeit zum Beispiel auf Social Media oder auf anderen Quellen mich mit sowas zu beschäftigen. Und dann kommt noch hinzu, dass die aktuelle Situation natürlich sehr komplex ist und in ihrer Komplexität den Einzelnen vielleicht auch ein bisschen hilflos zurücklässt. Jetzt nicht hilflos im Sinne von, er wäre zu dumm, das zu verstehen, aber hilflos in dem Sinne, was kann ich denn jetzt überhaupt tun? Also das ist alles so riesig und so komplex und was kann ich als Einzelner überhaupt noch tun? Und eine Verschwörungstheorie bietet mir eben, indem sie neue Player ins Spiel bringt, indem sie mutmaßlich oder vermeintlich neue Zusammenhänge aufzeigt, mir vielleicht die Möglichkeit, mit dieser Situation wieder aktiv umzugehen und ihr nicht nur ausgeliefert zu sein. Wenn das jetzt eben Erklärungsansätze sind, wo es gegen Minderheiten geht oder die auch so offensichtlicher Quatsch sind, wie Bill Gates oder Soros oder dass die dahinter stecken würden, dann ist das natürlich kein sehr produktiver Umgang. Dann wird sich an meiner Situation wahrscheinlich erstmal nicht viel verbessern. Aber die Leute kriegen wieder das Gefühl zurück, handeln zu können und aktiv werden zu können. Das heißt, diese Handlungskompetenz ist zumindest erstmal scheinbar für die Leute wieder gesteigert durch eine Verschwörungstheorie. Vielen Dank, Herr Dr. Raab, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein kurzes Interview zu geben. Sie haben uns wirklich sehr weitergeholfen und ich denke, auch ihr da draußen, die gerade unseren Podcast anhören, konnten einiges mitnehmen daraus und davon profitieren. Eine ganz andere Perspektive zeigt sich ja nun auch bei den Eltern. Denn wenn das Kind nun mal Verschwörungsmythen oder Geschichten nach Hause bringt, stellt sich natürlich auch für Eltern häufig die Frage, wie soll man damit umgehen? Denn vor allem bei jüngeren Kindern oder auch unserer Social Media Zielgruppe 10 bis 14 Jahren Zielgruppe dieses Podcasts ist es ja so, dass sich die Meinungen zu verschiedenen Themen häufig sehr schnell ändern und die Kinder noch sehr beeinflussbar sind, das hat psychologische Hintergründe. Und so können natürlich auch die Verschwörungsmythen sehr schnell verbreitet werden und von Kindern werden diese natürlich häufiger geglaubt als von Erwachsenen. Deshalb nun die Frage, wie können die Eltern damit umgehen? Genau und da spielt eben wieder die Psychologie eine große Rolle. Psychologisch ist es nämlich so, dass vor allem die Eltern und da überwiegend die Mutter den meisten Einfluss auf ihre Kinder haben, weil sie einfach die höchsten Bezugspersonen sind. Deshalb können wir den Eltern raten, dass sie mit ihren Kindern offen darüber reden und sprechen, dass diese Verschwörungstheorien existieren und man den Kindern eben sagt, wie diese aufgebaut sind und dass man sich gezielt davon fernhalten soll und eben mit der Wahrheit darüber spricht. Das Wichtige ist hierbei, dass die Eltern eben nicht mit solchen Verschwörungstheorien selber anfangen und selber daran glauben, sondern dass sie eben erzählen, dass diese Theorien falsch sind und auf wissenschaftlichen Fakten beruhen. Und es muss auch wichtig sein, dass es die Eltern sind, weil diese sind psychologisch gesehen die höchsten vertrauenswürdigen Personen, weil die Kinder eben von Anfang an mit diesen in Kontakt getreten sind. Primär sollte natürlich darauf geachtet werden, dass ihre Kinder überhaupt nicht in sowas reinrutschen. Gar nicht in solche Gruppen reinkommen, gar nicht in Kontakt kommen mit so etwas. Denn ja, das große, weite Internet bietet natürlich Plattformen für so manchen Verschwörungstheorien, wie wir jetzt schon gehört haben. Deshalb sollte man doch eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen und schon einen Blick darauf werfen, vielleicht gerade in der jüngeren Zielgruppe, wir reden ja jetzt von den 10- bis 14-Jährigen, was ihr Kind so auf Social Media treibt und was ihr Kind so auf Social Media auch wiederum weiter teilt, an andere vermittelt. Denn ja, sehr schnell können die Kinder eben, wie gesagt, dort reinrutschen durch ein Bild auf Instagram, durch einen Link, der weitergeleitet worden ist über WhatsApp. Da spielen eben auch die Freunde eine sehr wichtige Rolle, denn oft sind es dann die Freunde, die einen damit reinziehen in solche Verschwörungstheorien. Damit ihr jetzt einen ganz persönlichen Eindruck davon gewinnt, was es wirklich bedeutet, Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien vertreten zu haben. Deshalb haben wir einen Aussteiger interviewt aus unserem persönlichen Umfeld, der ehemals ein starker Vertreter solcher Theorien war, aber dann doch erkannt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Würdest du dich kurz vorstellen? Ja, ich möchte hier bitte zunächst in diesem Podcast anonym bleiben. Das liegt einfach daran, dass man in der Verschwörungstheoretiker-Szene einem enormen Druck ausgesetzt ist. Und was ich zu mir sage, ich bin männlich, das denke ich, kann ich sagen, und ich bin aktuell 37 Jahre alt und bin hier im Großraum Nürnberg aktiv gewesen. Aber jetzt nähere Sachen, Namen oder so möchte ich wirklich nicht sagen, weil man hier einfach einen großen Druck ausgesetzt ist. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dem Interview hier beizuwohnen. Erstmal so ganz generell, was hatte das Verschwörungstheoretiker-Dasein für folgen, speziell auch auf deine Umgebung, speziell auch auf deinem Umfeld. Bei mir war das dann eher so, ich war eher intern in diesen Kreisen aktiv. Das heißt, ich habe eher, ich habe Demos mit organisiert, aber ich war nicht wirklich auf den Demos vor Ort, sondern wirklich, ich habe für die Verbreitung, für die Werbung gesorgt. Und was das eben mit mir macht, ist ein großes Problem. Ich bin ja auch ein junger Familienvater. Aber es ist eben einfach schwierig. Ich muss ja meiner Familie irgendwie sagen, was ich da mache. Und ich habe das auch von meiner Familie verheimlicht. Und das hat mich auch psychisch sehr belastet. Das hat mir auch Druck ausgeübt. Ich weiß ja, ich wusste ja, dass das, was ich so hier sage, nicht so wirklich stimmt. Ich war am Anfang zwar davon überzeugt, aber wenn man in diesen Kreisen drinnen ist, es fällt einem wirklich schwer, da wieder rauszukommen. Und man muss das wirklich vor der Familie verstecken. Und ich kann ja jetzt nicht meiner Familie sagen, morgen Nachmittag bin ich auf einer Demo mit rechten Verschwörungstheoretikern. Du hast gerade erzählt, dass es enorm schwierig sei, aus diesen Kreisen wieder zu entfliehen, weil das Ganze wie eine Art Bann auf dich gewirkt hat. Wie hast du es letztendlich trotzdem geschafft, aus diesem Teufelskreis zu entkommen? Also es waren bei mir wirklich zwei Gründe. Ich habe es ja gerade eben schon ausführlichst erklärt. Es war dieser psychische Druck, der mich nicht, der mich sehr belastet hat. Und ich wusste einfach nicht mehr, wie ich damit umgehen kann. Und ich habe einfach nur noch gespürt, ich muss da raus. Und es ist einfach wirklich sehr schwer, weil du ja da mit einer Gruppe fest verwurzelt bist. Und wenn du mit denen so redest und du uns einfach so sagst, ich kann nicht mehr, das ist einfach, es ist fast schon so, man kann das fast schon so wie eine Sucht beschreiben. Wenn du zum Beispiel abhängig bist von Zigaretten, Alkohol oder Drogen, da kannst du auch meistens nicht einfach so aufhören. Und so ist es ja, dass eine Art Gruppenzwang von den anderen dich auch mit unter Druck setzen, weiter solche komischen Thesen verbreiten, die einen fertig machen. Und hinzu kam dann sogar noch ein Infektionsfall in meinem näheren Umfeld. Und da habe ich dann auch gemerkt, Mensch, das, was ich hier verbreite, das macht mich fertig. Das hat negativen Einfluss auf andere. Ja, das klingt wirklich nach einer sehr harten Story. Vielleicht jetzt auch als Lehre daraus an unsere jüngeren Zuhörer. Lasst euch wirklich auf sowas nicht ein. Prüft Fakten nach. Manchmal werden Statistiken gefälscht oder so hingedreht, dass sie ja einfach die Meinung der Verschwörungsmystiker, Verschwörungsideologen unterstützt. Ja, genau, das möchte ich auch noch mal hier kurz zum Schluss anmerken. Ihr seid ja auch hier bei diesem Podcast. Jüngere Hörer, lasst die Finger weg. Tretet keinen unseriösen Telegram-Gruppen bei. Und auch passt auf solchen Demos auf. Das sind viele rechtsextreme, nationalistische, denkende Leute. Ich hatte Kontakt mit diesen. Lass die Finger von diesem Scheiß. Das ist wie mit Alkohol und Drogen da. Da sollte man auch die Finger davonlassen. Und so ist es auch mit solchen Verschwörungstheoretikern. Auch aufpassen, da kann man schnell in falsche Kreise geraten. Und jetzt noch meine Bitte. Ihr habt ja auch meine Stimme verzerrt. Da bin ich euch sehr dankbar. Und bitte auch, ich möchte bitten, lasst mich hier bitte anonym. Das war hier die zweite Folge von uns, dem Timo und dem Simon in unserer Podcast-Reihe über Social Media. Es waren wieder sehr interessante Standpunkte und Statements, die wir hier getroffen haben. Gute Gespräche mit interessanten Interview-Teilnehmern. Hört auch auf jeden Fall in unsere weiteren Podcasts von unseren Kolleginnen rein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder, wenn es das nächste Mal heißt, Was geht der Act-on-Jugend-Podcast? Das war Was geht der Act-on-Jugend-Podcast? Bis zum nächsten Mal.